Sie müssen unser Mann vom bayerisch-hansiardischen Austauschprogramm sein, ne? Ja, hallo, das ist gut. Ah, oh. Franzi! Jo! Der Drews, das ist ein ganzer Abtreider-Uhu. Achso, der Drews, der ist, mit dem stimmt was nicht. Und der Herr Scheuze, der hat Sie entlassen. Und der schuldet Ihnen Geld. Der schuldet Ihnen Geld. Franzi, jetzt packen wir uns. Wir brauchen einen RTW zum Trainingsparcours. Isar 21, zu an Isar 21. Peter. Was? Peter 21. Peter 21, zu an, Peter 21, Anton. So eine blöde Hina. Jetzt macht es halt einmal die Tür zu. Den Nikolaus, den hat Sie wirklich gegeben. In der Türkei. Dann sind die Italiener und haben die Knöpfen gestohlen. Lassen Sie ihn aber einfallen. Es geht um Leben und Tod. Das ist ein ganzer schöner Brauch. Da werden die Dorfältesten in brennenden Reifen den Berg runtergerollt. Ja, weil das Bier da in Hamburg, das kannst du nicht saufen. Das ist grauenvoll. Franzi! Aber jetzt ist doch Mittag, wo geht es denn zum Essen hin? Also eigentlich machen wir die Befragung zu Ende und dann gehen wir uns unterwegs was holen. Auf die Hand, wenn es passt. Auf die Hand? Ja. Also, nein, das ist gar nicht. Uschi reicht völlig. Ich habe schon mal was mitgebracht zum Probieren. Frau Janssen, also ich meine Uschi, die wird uns in Zukunft hier versorgen. Sag mal, fragt ihr jetzt wieder Grün oder ist allerdings ein Förster bei euch? Ich sag's ja, an mir kommt keiner vorbei. Ja, das stimmt. Bis die Tage. Mein Gott, nein, jetzt fahr halt zu, du blöde Amsel, du. Das war eine Frau, hast du es gesehen? So ein blödes Rimpfi. Links. Was ist mit ihm? Hat der keinen Blinker? Hey, hast du keinen Blinker, du Depp? Schnell Schnell Vielen Dank.